Wenn du dich für deine Schuppenflechte schämst und wenn es dir unangenehm ist, Leuten näher zu treten, wo sie sehen, dass du irgendwas auf der Haut hast, dann ist das heutige Video oder dieser heutige Podcast für dich. Ganz kurz noch vorneweg, ich bin Dejan von SchuppenTV. Ich helfe Leuten dabei, ihre Schuppenflechte unsichtbar zu machen. Ich widme mich speziell jungen Männern und weiß natürlich, wie sich das anfühlt, Anfang 20 irgendwo mit einer Schuppenflechte durch die Gegend zu laufen. Und wenn du mehr dazu erfahren willst, wenn du das erste Mal hier reinhörst in meinen Content, dann schön, dass du mich gefunden hast. Danke für deine Zeit erst einmal. Abonnier gerne meinen Kanal oder folge mir auch gerne auf Spotify bzw. auf Apple Podcasts, damit du einfach nichts verpasst von meinen ganzen Inhalten. Ich will aber gleich ins Thema reingehen und nicht unnötig deine Zeit verschwenden. Es ist völlig normal, dass du dich schämst für deine Schuppenflechte. Es ist völlig normal, dass du dir einen Kopf drum machst, was andere Leute von dir halten, was vielleicht eine Frau von dir hält, die dich das irgendwo vielleicht mal auf der Straße sieht oder keine Ahnung, wenn du vielleicht ins Schwimmbad gehst und irgendwie diesen blöden Blicken ausgesetzt bist, wenn der Bademeister dich vielleicht anspricht auf deine Schuppenflechte, er weiß nicht, dass du Schuppenflechte hast und möchte dir vielleicht Hausverbot erteilen, weil Leute auf ihn zugekommen sind aus dem Schwimmbad, andere Gäste und sich beschwert haben. Sie haben Angst, dass du irgendetwas Übertragbares im Wasser dann irgendwie abgibst und es dann übergeht auf deren Kinder oder auf sie selber. Im Restaurant vielleicht, wo du merkst, dass Leute dich angeekelt anschauen, immer wieder zu dir rüberstarren, vielleicht auch irgendwie gleich anfangen zu tuscheln, solche Geschichten oder wenn du an der Kasse stehst und du merkst einfach, wie die Kassiererin oder der Kassierer dich komisch anschaut. Und es geht dann so weit sogar, dass Leute dich auf offener Straße vor allen anderen darauf ansprechen und vielleicht ganz dumme, komische Fragen stellen, blöde Kommentare von sich geben. Das ist die Realität vieler Menschen mit Schuppenflechte. Und es ist nicht deine Schuld, dass diese Menschen so reagieren. Es ist nicht deine Schuld, dass es einfach einen Großteil in der Masse gibt, die einfach doof sind, die einfach nicht das Feingefühl haben und nicht zweimal überlegen, bevor sie irgendetwas Dummes fragen, irgendetwas Dummes sagen oder permanent zu dir rüberstarren und du dich dadurch einfach unwohl fühlst. Das ist völlig normal, dass du dich schämst. Du bist irgendwo vielleicht Anfang 20 ein junger Mann, der vielleicht was vorhat im Leben, der von heute auf morgen mit einer Schuppenflechte irgendwie konfrontiert ist. Du warst jetzt vielleicht mehrfach beim Arzt, warst erst beim Hausarzt und der ist sich nicht ganz sicher, was das ist, erzählt dir irgendwas von einem Hautausschlag, kann Ekzem sein, kann Pilz sein, was auch immer. Und dann bist du irgendwann beim Dermatologen gelandet und der konnte dann eindeutig feststellen, dass du Schuppenflechte hast. Und ich kenne diese Phase. Das war damals bei mir so, dass ich mich in den ersten Monaten schwer getan habe, anzuerkennen, dass ich eine Hauterkrankung habe, die mich mein Leben lang begleiten wird. Das ist ja mit das Erste, was man tut in der Anfangszeit, wenn man Schuppenflechte hat. Und man googelt so ein bisschen nach der Ursache und wie das heilbar ist, ob das weggeht und überhaupt. Und es tut weh. Es tut weh, wenn dir jemand sagt, wenn es auch ein Arzt ist, dem du ja dann in der ersten Linie mehr vertraust, weil er sich ja auskennt, mehr oder weniger. Und der, der dann sagt, ja, sie werden ihr Leben lang Schuppenflechte haben, es wird nicht mehr weggehen, es ist eine Autoimmunerkrankung. Das tut weh. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Weil du vielleicht jemand warst, so wie ich früher, als Jugendlicher vor allem, der das Leben geliebt hat. Alkohol feiern, den Mädchen hinterherjagen. Und bei mir war es ja tatsächlich so früher, wenn mir ein Mädchen gefallen hat, dann bin ich einfach auf die zugegangen, habe sie angesprochen. Ich habe mit der geredet. Ich habe mich gezeigt, so wie ich bin. Ich habe sie zum Lachen gebracht. Ich habe mich mit gefühlt 100 Leuten in einer Stunde unterhalten, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, auf einer Kirchweih war, auf einer Feier oder irgendwo, damals dann in der Diskothek, als die Zeit anfing. Das war mein Leben. Das war so mein Inhalt. Das hat mich ausgemacht. Nur um dann ein paar Jahre später mit dieser Diagnose Schuppenflechte einen richtigen Schlag ins Gesicht zu bekommen. Und das ist hart. Das kann ich mir für dich nur bestens vorstellen. Der Punkt ist aber, das musst du getrennt voreinander sehen. Auf der einen Seite bist du zu 100% verantwortlich für das, was dir im Leben passiert. Selbst für diesen kleinen Prozentteil der Dinge, auf die du keinen Einfluss hast, die von heute auf morgen auf dich zukommen. Das ist einfach irgendwo, eigentlich sind das 90% der Dinge im Leben, die, ich sage mal, irgendwo deinen Alltag gestalten. 90% der Dinge siehst du nicht kommen. Es sind nur wirklich diese letzten 10%, so sinnbildlich gesagt, die entscheidend darüber sind, wie du darauf antwortest, was du damit machst. Und eine Sache kann ich dir gleich jetzt sagen. Die Person oder das Ding oder der Grund, dem du die Schuld zuschiebst, das ist dann auch aber der Part in deinem Leben, der Macht über dich hat. Wenn du die Schuld aber zu 100% bei dir selbst suchst, wenn du diese Schuld anerkennst, diese Verantwortung, die du hast, dann bist auch du die Person, die Macht über die Situation hat. Denn letzten Endes gehst du alleine schlafen. Selbst wenn deine Freundin nachts neben dir liegt, der Moment, in dem du die Augen zumachst und du schläfst, das ist das, wo du ganz alleine mit dir und deinen Gedanken bist und mit deiner Welt. Und da entscheidest du eigenständig, wie du mit deiner Situation, mit deiner neuen Situation, mit diesem neuen Lebensabschnitt umgehst. Denn du darfst nicht vergessen, Schuppenflechte wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Stand jetzt ist es einfach so, dass Autoimmunerkrankungen nicht heilbar sind. Es gibt eine Professorin, ich weiß gar nicht mehr, ob die lebt, die heißt Professor Ulrike Lindequist, wenn mich nicht alles täuscht, die erforscht die Wirkung, die Heilwirkung von Pilzen. Wer weiß, ob es in 10, 15, 20, in 50 Jahren eine Möglichkeit gibt, chronische Erkrankungen zu heilen. Und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass das sich den Weg in die Masse bahnen wird, weil es dann, ich kann mir dann gut vorstellen, dass es dann einfach, ja, einflussreiche Interessengruppen gibt, die das vielleicht verhindern, aus Interessen, die offensichtlich sind. Ich möchte sie aber hier nicht ansprechen, weil es nicht Thema dieser Sache sein soll. Denk einfach mal bewusst negativ und freunde dich mal mit dem Gedanken an, dass Autoimmunerkrankungen nicht heilbar sind. Und jetzt möchte ich dir noch einen Impuls mit auf den Weg geben. Denn ich wünsche mir, dass du dir da mal gründlich Gedanken dazu machst. Und zwar ist das in meinen Augen ein Vorteil, weil du dann immer einen Grund hast, dich zusammenzureißen. Ich sage nicht, dass du anfangen sollst, irgendwie, keine Ahnung, Mönch zu werden und jetzt dich in ein Kloster zu begeben, nie wieder Zucker zu konsumieren oder Alkohol zu trinken, meinetwegen auch Drogen. Das will ich gar nicht damit sagen. Aber ich möchte damit sagen, dass du diesen Anlass, als diese Diagnose Schuppenflechte, hernehmen kannst, um gründlich über dein Leben nachzudenken. Denn wenn wir mal von dem Standpunkt ausgehen, dass du schuld bist an deiner Schuppenflechte, egal, auch wenn du nachweislich wirklich nichts dafür kannst, keine Ahnung, weil deine Mutter vielleicht in einer Schwangerschaft oder vorher schon einfach in ihrem Leben Dinge getan hat, die negativen Einfluss hatten auf dich und deine Gesundheit. Ich will jemandem etwas unterstellen. Ich möchte nichts Böses irgendwie hier streuen. Darum geht es gar nicht. Ich möchte mich einfach nur der Realität widmen und es in Erwägung ziehen, dass das einfach ein Einflussfaktor ist. Schau mal, ich habe Asthma. Ich habe sämtliche Allergien. Ich könnte jetzt auch hergehen und sagen, ja, das liegt vielleicht an meiner Mutter, weil die so viel Stress hatte und überhaupt und weil sie vielleicht immer mit Menschen zu tun hatte, die geraucht haben. Und meine Mutter war ja früher selber Raucherin. Die hat vor irgendwie zehn Jahren damit aufgehört, von heute auf morgen. Aber ich weiß auch jetzt zum Beispiel nicht, hat meine Mutter vielleicht in der Schwangerschaft geraucht, hat sie Alkohol getrunken. Ich persönlich glaube es nicht. Ich habe aber zum Beispiel meine Mutter mal wirklich darauf angesprochen und ihr vorgeworfen, dass sie ja in der Schwangerschaft geraucht hat. Und das war der Grund, warum ich Asthma bekommen habe, als Beispiel. Der Punkt ist aber, und das habe ich irgendwann abgelegt, sobald du die Schuld anfängst, bei dir selbst zu suchen, wirst du dich freier fühlen. Du wirst anfangen, dir zu überlegen, was du persönlich tun kannst, welchen Einfluss du nehmen kannst, damit es dir besser geht. Unabhängig von einer Autoimmunerkrankung, sei es Schuppenflecht oder sonst was, geh raus aus dieser Opferrolle. Es interessiert letzten Endes keine Sau, wie es dir wirklich geht. Es gibt ein paar wenige Menschen in deinem Leben, ich hoffe zumindest, dass es so ist, oder ich wünsche es dir, die sich ernsthaft für dich und dein Leben und für dein Wohlbefinden interessieren. Und selbst dann liegt es immer noch an dir, ob du deren Ratschläge und deren Hilfe annimmst. Das ist einfach, nicht jeder hat dieses Glück, nicht jeder genießt wirklich echte Freundschaften. Ich persönlich habe dieses Glück, und wir sind immer noch bis heute sehr gut befreundet mit unseren Freunden. Das ist einfach unser gemeinsamer Freundeskreis von meiner Frau und von mir. Es hat sich einfach damals so ergeben, sie war früher ihre Arbeitskollegin. Sie ist mittlerweile die Frau meines besten Freundes. Und so habe ich damals im Prinzip auch meine Frau kennengelernt. Man kennt sich einfach schon sehr lange. Und heute, wenn ich mich so zurückerinnere, da gibt es ja ein Foto von mir, was ich auf YouTube hochgeladen habe, wo ich Shisha rauche, wo ich auch mal so aus Spaß den Schlauch in meine Nase gesteckt habe. Total lustig, haha. Und das war ja in einer Phase, wo ich sehr stark Schuppenflechte hatte. Ich hatte es ja extrem im Gesicht, an den Wangenknochen, an der Stirn, an der Nase. Das war ja wirklich, das konnte man ja sehr stark sehen. Und vor allem dann, wenn ich ja irgendwo in der Öffentlichkeit war und es war so ein etwas helleres Licht, da war es ja noch schlimmer. Aber meine Freunde haben mir nie das Gefühl gegeben, dass es sie gestört hat, dass sie sich geschämt haben für mich. Wir sind ja trotzdem irgendwo hin, haben was unternommen. Und das war auch für meinen besten Freund nie ein Thema. Der hat mir immer zugehört. Der hat hier und da mal so mich ein paar Sachen gefragt. Hey, wie ist denn das? Bringt da Schuppenflechte, Shampoo was? Gibt es da spezielle Shampoos? Oder ist es vielleicht das und das? Und ich habe auch natürlich bei ihm gespürt, dass es ihm ernst war, wenn er mich gefragt hat, wie es mir geht. Das ist aber nicht der Regelfall. Der Großteil der Menschen ist einfach zu dumm zu erkennen, dass du vielleicht eine Person bist, die wirklich darunter leidet, die sich dafür schämt, der es unangenehm ist, sich so zu zeigen. Das ist Fakt. Und du kannst diesen Menschen auch keinen Vorwurf machen. Denn eigentlich, und es ist in der heutigen Zeit, zumindest aus meiner Empfindung, schlimmer als früher, in der heutigen Zeit haben ja die Leute nicht mal mehr diese Fähigkeit, länger als zwei Minuten jemandem zuzuhören in einem Gespräch. Das ist ja heute irgendwie so eine ganz seltene Superkraft, ein Gespräch zu führen, indem man einfach mal zuhört. und das ist etwas, was ich dir mit auf den Weg geben kann. Löse dich von diesen dummen Menschen, denen es komplett an Feingefühl fehlt. die dann so dumm gucken und so widerwärtig gucken und so angeekelt und so dumme Fragen stellen und das am besten dann noch vor allen anderen Leuten, damit du so richtig bloßgestellt bist und dein Gesicht verlierst. Und das beziehe ich nicht einmal auf Leute, also nicht nur auf Leute in deinem Alter, sondern das sind ja auch teilweise wirklich erwachsene Menschen, alte Menschen, die einfach zu dumm sind, zu erkennen, dass du vielleicht eine von diesen Personen bist, der es sehr unangenehm ist. Kein Mensch möchte doch darauf angesprochen werden in der Öffentlichkeit, was er da auf der Haut hat oder sonst so. Ich merke das ja selbst, wenn ich irgendwo mal in einer vermeintlich passenden Situation mal nachfrage, hey, ist das das und das oder überhaupt. Und ich mache das wirklich nur in Situationen, in denen ich weiß, dass das kein anderer Mensch mitbekommt. Und selbst da merke ich, dass Leute keinen Bock haben, darüber zu sprechen. Und dann lasse ich sie auch. Und es ist völlig in Ordnung. Ich musste es ja mit der Zeit selbst tatsächlich lernen, diesen Impuls zu unterdrücken, permanent Leute darauf anzusprechen, was das ist und ob das vielleicht nicht Schuppenflechte ist und dass ich den Leuten auch helfen kann. Ich habe ja wirklich in der Anfangszeit, in der Anfangszeit wirklich wahllos Leute darauf angesprochen, weil ich wusste, dass ich denen helfen kann. So. Und dann gibt es Leute, die nehmen diese Hilfe an und dann gibt es Leute, die nehmen diese Hilfe nicht an. Und beides ist okay. Es ist ja, es wäre ja egoistisch von mir, irgendwie mich darüber aufzuregen oder jetzt zu denken, Mensch, warum nimmt er jetzt meine Hilfe nicht an und überhaupt und vielleicht ist diese Person auch cool damit, dass sie halt so ein bisschen Schuppenflechte hat. Vielleicht stört es sie nicht weiter. Dann ist das in Ordnung. Jeder kann frei entscheiden. Aber wenn du zu diesen Menschen gehörst, die sich dafür schämen, irgendwo an der Kasse vielleicht zu stehen oder in der Apotheke dann von einem Apotheker oder auf so eine Hilfskraft da angesprochen zu werden. Ach Mensch, ich hätte da noch so eine super Salbe für sie. Oder haben sie mal das und das Öl versucht oder überhaupt. Oder was ich auch schon erlebt habe von so wirklich so dummen Kosmetiktanten, die null Plan haben. Oh ja, also ich habe da eine super Behandlung so für Schuppenflechte. Oh, das hilft ganz toll. Das geht dann weg. So, die hören dir nicht mal richtig zu. Und du hast sie nicht mal danach gefragt, so ob es da irgendeine Behandlung gab. Das hat sich irgendwo mal ergeben. Das sind mit Abstand die schlimmsten und die dümmsten Menschen, die nicht einfach zuhören können oder die so wahllos irgendwie irgendwas behaupten oder ihr Fragen stellen und nicht zuhören. Die sich nicht irgendwie Gedanken darum machen, dass es dir vielleicht unangenehm sein könnte und dass du wirklich darunter leidest. Und das ist halt die harte Realität. Aber der Moment, in dem du akzeptierst, dass du mit einer Erkrankung zu tun hast, die dich dein Leben lang begleiten wird, die nicht heilbar ist, das ist der Moment, der dich befreien wird, weil es ist halt eine absolute Tatsache. Das ist ja nicht zuletzt auch, also das ist ja wirklich zu großen Teilen auch diesen Umstand geschuldet, dass unsere Lebensmittel immer belasteter werden durch diese Globalisierung, durch diesen Treibhauseffekt. Dadurch, dass du heute, ja, im Vergleich zu den 50er Jahren acht Orangen essen musst, um so halbwegs deinen Vitamin C-Bedarf zu decken. Das war in den 50er Jahren ein bisschen anders. Da hast du halt eine Orange gegessen und damit hast du deinen Vitamin C-Bedarf gedeckt. Heute hast du mit Glyphosat zu kämpfen und diesen ganzen anderen Pestiziden, was es da alles gibt. Und du kannst ja nicht wirklich etwas dagegen tun. Es ist halt einfach die Realität. Der Punkt ist aber, und an der Stelle, ja, will ich dir vielleicht irgendwo ein bisschen Mut machen oder dir bewusst machen, dass du trotzdem, obwohl es diese schwierigen Umstände gibt, in der Lage bist, damit gut umzugehen, weil es einfach heutzutage gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und es gibt wirklich aussagekräftige Darmflora-Tests, mit denen du die ersten Schwierigkeiten in deiner Darmflora beseitigen kannst, die halt wirklich massive Entzündungen in deiner Darmflora und letzten Endes in deinem Körper verursachen, was dann zu Hautausschlägen führt. Deine Haut ist nichts anderes als ein Ausscheidungsorgan. Das, was dein Darm nicht kann, macht dann deine Lunge. Das, was deine Lunge nicht schafft, macht deine Haut. Also dein Darm, deine Haut, deine Lunge und deine Nieren, das sind Ausscheidungsorgane. Und immer wenn da etwas nicht passt, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Körper etwas loswerden will, worauf er eigentlich keinen Bock hat. Deswegen haben wir Ausschlag. Was meinst du, was passiert, wenn du drei Monate lang jeden Tag McDonald's frisst und Pizza und Döner und Cola und Burger? Daher kommt doch dieser Hautausschlag, weil dein Körper intelligent ist und versucht, dir ernsthaft zu helfen. Und bei uns Leuten mit Schuppenflecht ist es halt dann so, sobald einmal eine Autoimmunerkrankung ausgebrochen ist, wird dieser Entzündungsprozess dauerhaft aufrechterhalten. Dein Körper schaltet irgendwann in so einen Automodus, Autopilot und sagt, ey, mir egal, ich bekämpfe jetzt grundsätzlich mal alles, was in meinem Körper landet, weil dein Immunsystem halt fehlgeleitet ist. Natürlich gibt es dann Phasen, wo Schübe nachlassen oder wo dann die Haut einfach mal besser wird. Natürlich hat gesunde Ernährung einen Einfluss auf Schuppenflechte. Das ist doch logisch, das ist ganz klar. Es wird aber nicht dazu führen, dass du wirklich nachhaltig und langfristig deine Ruhe hast. Das wird nicht dazu führen, dass du deine Schuppenflechte wirklich sehr gut los wirst. Du wirst immer diesen extremen Aufwand betreiben müssen. Ernährungspläne, Diät, auf Zucker verzichten, du darfst kein Bier mehr trinken, kein Rotwein, weil dein Körper dich dann sofort dafür bestraft. Und das ist halt einfach, wenn du einmal einen Grundstein wirklich gut legst und dir einmal wirklich fokussiert über vier Monate, über sechs Monate, über zehn Monate Zeit nimmst für die Geschichte. Und wenn du das machst, dann wirst du langfristig davon zehren können. Das hat ein bisschen was mit der Einstellung zu tun, das hat ein bisschen was mit deinem Umfeld zu tun, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es einfach ein paar Infos gibt, die dir keiner mit auf den Weg gibt. Denn der Großteil der Ärzte, der wird dir nicht helfen können. Der Großteil der Ärzte, obwohl es diese guten, neuen, modernen, super tollen Leitlinien gibt, an die sich die meisten irgendwie anscheinend gar nicht halten, obwohl es das gibt, gibt es immer noch, da wurden mal Zahlen veröffentlicht, ob die stimmen, weiß ich nicht. Ich habe das halt in einem Artikel gelesen. Da wurden im Jahr 2022 oder im Jahr 2023 über 200.000 Mal immer noch kortisonhaltige Präparate verordnet, obwohl es heute Medikamente gibt, die deutlich zeitgemäßer sind. Thema Biologicals zum Beispiel. Und daran siehst du, dass nicht immer alles so perfekt läuft, nur weil es irgendwelche Regeln dafür gibt. Du brauchst einfach gewisse Informationen und die wirst du bei den meisten Menschen nicht bekommen, die dir dabei helfen, dass du deine Schuppenflechte langfristig und nachhaltig in den Griff bekommst. Und diese Interaktion mit diesen fremden Menschen, mit diesen wirklich dummen Menschen, das ist einfach nur zusätzlicher Stress und das musst du aber loswerden. Die müssen dir scheißegal sein. Weil der Moment, in dem du aus den Augen dieser Menschen, aus der Sichtweise, die Sichtweite dieser Menschen dich entfernst, sobald sie dich nicht mehr sehen, haben die dich schon wieder vergessen. Weil die mit ganz anderen Sachen im Leben beschäftigt sind. Es gibt einfach diese Sorte von Menschen, die sich den ganzen Tag darum kümmern, wie das Leben anderer Menschen ausschaut. Es gibt Menschen, deren Leben ist so leer und inhaltslos und sinnlos und langweilig. Die brauchen einfach permanent dieses, diesen Tratsch und diese Klatsch und diese Klatschpresse und die wollen permanent irgendwie die Probleme anderer Leute mitbekommen, damit sie sich selbst besser fühlen. Der Moment, in dem dich eine fremde Person anspricht und du ihr erklärst, dass du jetzt eine Erkrankung hast, du bist krank, du bist schwach, du bist anders, du gehörst nicht dazu. Das ist der Moment, in dem du dieser Art, dieser Sorte von Menschen einen Gefallen tust, weil sie sich in dem Moment besser fühlen. Sie fangen an, die Ratschläge zu geben, zu Themen, wo sie überhaupt keine Ahnung haben. Sie wollen dir irgendwelche dummen Sachen erklären, hören dir nicht richtig zu und das ist halt die Realität. So sind halt die meisten Menschen und in der heutigen Zeit mit Instagram, mit TikTok und diesen ganzen Social Media Plattformen, da ist es ja eigentlich nur schlimmer geworden, weil keiner mehr in der Lage ist, zuzuhören, sich zu unterhalten, einfach mal einem Menschen ohne Wertung seine volle Aufmerksamkeit zu geben. Das ist in der heutigen Zeit eine Superfähigkeit und das muss dir einfach nur bewusst sein. Du kannst fremden Menschen keinen Vorwurf dafür machen, weil sie ja nicht wissen, was du da hast und wir brauchen uns auch nichts vormachen. Eine Schuppenflechte ist auch nicht schön anzusehen. Ich war selbst betroffen. Ich habe mich selbst im Spiegel angeschaut und dachte mir, yo, das ist nicht schön. Ich habe es ja richtig heftig am Haaransatz gehabt. Ich habe so richtig silbrige Schuppen gehabt. Wenn ich jetzt mich zurück erinnere, die Zeit fängt meine Kopfhaut an zu kribbeln. Ich habe schlechte Bauchgefühle. Das ist völlig normal. Das ist auch ein gutes Zeichen, weil es zeigt mir, dass wenn du dich so fühlst, dass wenn du, wenn es dir so geht, dass du ein letztes Stück an Selbstachtung hast. Ein letztes Stück irgendwo an Eitelkeit, weil das ist das, was uns Menschen irgendwo am Leben erhält. wenn dir alles egal ist, wenn dich nichts kümmert, wenn du keinen Bock hast, eine Frau zu finden, wenn du keinen Sport machst, wenn du dich gehen lässt, wenn es dir egal ist, wenn es dir komplett egal ist, was andere Leute von dir denken, wenn du, wenn du, wenn du dich nicht pflegst, wenn du nicht irgendwie mal darüber nachdenkst, mal selber Kinder in die Welt zu setzen, einen Partner fürs Leben zu finden, wenn dir das alles egal ist, ich weiß nicht, dann befindest du dich doch ein Stück weit in so einer Abwärtsspirale, dann hast du doch irgendwo aufgegeben, dann, 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 dann ist dir doch, dann ist dir alles egal, dann hast du keinen Antriebsgrund mehr, dann hast du keinen, ja, keine Willenskraft mehr, irgendetwas in deinem Leben zu ändern, wenn dir alles egal ist, das ist doch nicht, ich weiß nicht, dafür sind wir doch nicht auf die Welt gekommen, dafür hat uns doch Gott nicht unser Leben geschenkt, dass wir es einfach so wegwerfen, und nun mal so zur Info, ich bin keiner von diesen religiösen Leuten, die dich versuchen zu missionieren oder sowas, jeder sollte an das glauben, was er möchte, aber der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben, ist die Tatsache, dass wir Menschen sind, die glücklich sein wollen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, und das spielt es auch keine Rolle, welcher Glaubensrichtung du angehörst, das juckt mich gar nicht, Leute, die so permanent irgendwie auf dieser Schiene rumreiten und was richtig ist und falsch und überhaupt, das ist für mich Zeitverschwendung, ich wende mich ab von solchen Menschen, ich interessiere mich für die verschiedensten Glaubensrichtungen, einfach, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich mit seinem Umfeld austauscht, dass man interagiert, um herauszufinden, wer man selbst ist, ich finde das super wichtig, so, aber weg davon, das ist uninteressant, aber die Tatsache, dass du ein Mensch bist, dass du lebst, das ist doch ein Grund für sich, dass du dich nicht hängen lässt, ich habe mich schon mit einigen älteren Menschen unterhalten und es gibt halt diese Sorte von alten Männern, so ab 50 plus, die rennen halt die ganze Zeit da vorweg vor ihrer Schuppenpflichte, die denken, wenn sie so ein bisschen Probiotika schlucken ab und zu mal und alle drei Monate mal zum Heilpraktiker gehen und dass das dann so ein bisschen was bringt und ja, und die machen sich nur was vor, aber die Schuppenpflichte wird nicht besser dadurch, so, ich wünsche es Leuten, dass die Schuppenpflichte mit einfachen Methoden, Maßnahmen besser wird, aber die Erfahrung zeigt, dass deine Schuppenpflichte mit der Zeit immer schlimmer wird, wenn du nichts dafür tust und es geht nicht nur um deine Haut, es geht auch um deine Psyche, es geht auch um dein Herz, es geht auch um deine Herz-Kreislauf-Gesundheit, weil bei uns Menschen mit Schuppenflechte ist dieser Interleukin-6-Spiegel erhöht, das ist einfach ein entzündungsfördernder Botenstoff, Interleukine sind sowas wie die Hormone in unserem Immunsystem, die locken dann andere Zellen an und versuchen Entzündungen zu bekämpfen und Interleukin-6 führt dazu, dass sich Plax, also Schuppungen, auch in deinen Blutbahnen ablagern, das führt dazu, dass deine Arterien steifer werden, unbeweglicher, der Blutdruck steigt, weil dieses Rohr, wo der Blutfluss ist, das wird enger und da, wo es halt enger wird, wo es alles ein bisschen steifer wird, da wird es zu einer Mehrbelastung für dein Herz und wenn du jung bist und wenn du fit bist und alles und Sport machst, dann ist das auch kein Problem, nur dein Herz wird irgendwann nicht mehr in der Lage sein, das zu kompensieren und das betrifft mich doch auch, obwohl ich die Schuppenflechte jetzt seit vielen, vielen Jahren in der Unsichtbarkeit habe und ich sie quasi im Griff habe durch Biologicals und dadurch, dass ich ein bisschen gucke auf meine Darmflora und Ernährung und so weiter und so ein paar Gewohnheiten habe, aber das betrifft mich auch und das wird mich mein Leben lang betreffen und ich sage dir mal was, ich bin froh darum, weil ich einen ernsthaften Grund habe, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Für mich gibt es nichts Geileres als Joggen zu gehen, als Sport zu machen, Klimmzüge zu machen, ein bisschen Schattenboxen, ich überlege auch die ganze Zeit mal so einen Amateur-Boxkampf zu machen und dann holt mich halt so ein bisschen wieder die Vernunft ein, weil ich bin ein dreifacher Papa, dann denkst du dir natürlich irgendwo, okay, was wenn ich so einen Schlag abbekomme, dass ich dann geistig nicht mehr in der Lage bin, so meinem Alltag nachzukommen, meinen Verpflichtungen, das schwingt so ein bisschen mit, klar. Aber trotzdem, die Tatsache, dass ich in einem Zwillingskinderwagen beide Kinder den Berg hochschieben kann, das macht mich stolz. Die Tatsache, dass ich mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehen kann oder auf ein Kindergeburtstag oder in so eine Turnhalle gehen kann, irgend so ein Spielparadies, das macht mich stolz, das macht mich dankbar, das erdet mich, das gibt mir Demut, weil irgendjemand aus der Pharmaindustrie so intelligent war und in der Lage war, einen Antikörper zu produzieren, der die Entzündung moduliert, sie runterfährt und dadurch meine Haut wieder ganz normal ausschaut. Ich bin einfach nur dankbar dafür, weil es ein geiles Gefühl ist, Sport zu machen, weil es ein geiles Gefühl ist, an der freien, frischen Luft zu sein und körperlich aktiv zu sein. Das ist etwas, was super wichtig ist. Ich verstehe gar nicht, wie Menschen es fertig bringen, überhaupt keinen Sport zu machen oder in irgendeiner Form überhaupt, dass die gar keine Bewegung haben, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und ich bin kein Marathon-Super-Profi-Sportler irgendwas, das nicht, aber wer weiß, vielleicht werde ich das auch in fünf oder in zehn Jahren irgendwann mal in Angriff nehmen und laufe mal so einen Marathon oder sowas, keine Ahnung, oder so einen Halbmarathon. Weil, ich weiß nicht, das ist halt einfach so, das ist so der Lauf der Dinge, das ist doch die Natur des Menschen, sich weiterzuentwickeln, die nächsten Schritte zu gehen und da darfst du die Schuppenflichte nicht nehmen als Ausrede oder sowas. Da musst du dich von diesen Menschen, die dich runterziehen, die dir irgendeinen Scheiß erzählen wollen, ja, du musst aufpassen mit deinen Gelenken, mit den Schmerzen und so, nee, das darfst du nicht so belassen, Bullshit, erst recht, wenn du auch so mit Gelenken und sowas, da musst du deine Gelenke erst recht belasten. Dann musst du deinen Körper stärken, du musst deinem Körper einen Anreiz geben, deinen Gelenken, deinen Knochen, dass sie dichter werden. Dann solltest du Kraftsport machen. Kniebeugen und Deadlifts mit schwerem Gewicht, das sind nachweislich zwei Übungen, die die Knochendichte in deinem Körper erhöhen. Dein Körper ist jederzeit imstande, zu adaptieren und sich anzupassen an deine Anforderungen. Das ist ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber sprechen, aber ich will dir einfach nur sagen, geh raus aus dieser Opferrolle und löse dich von dummen Menschen, die nicht verstehen, wie es dir wirklich geht. Das war's von mir und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dein Deren von SchuppenTV. Das war's von SchuppenTV.